hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge poké gaming wer weiß wie lange noch das spiel spinnen wir mal rum ich gehe mal die clay fahren Das geht aus dem Rahmen. Willst du wieder Barrel-Foil machen damit? Wir haben keine Säule mehr. Das ist da eine. Ich muss aber hier noch ein paar. Ich muss jetzt auf die Farmen gehen bei The Red Knight. Scheiße, dass wir in diesem Modpack nicht ins End können. Weißt du. Das war so ein Modpack, wenn wir versuchen ins Endzugehen stürzte ab. Die einzige andere Dimension, die hier wirklich geht für uns, das ist eigentlich... Never. Das Feierabend. Wenn wir eine andere Dimension wollen, ist das Modpack Pressure. Wenn wir das, was ich abgebaut habe, von deinem alten Feld, habe ich da alles nicht gesichert, Ja, da war einfach nicht alles gewachsen, ne? Doch, zum Beispiel, das war's. Und nicht alles da sein. Ich hatte das ja... 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 ich habe aus diesem Modpack ein wenig kurz schnell mal weiter gebaut. Wie lange ist das jetzt noch gespielt? 10 Minuten, 20 Minuten Woche. Habe ich mal schnell die Wege. er hat gebraucht also seit Wochen vor Ort aber das Spiel nicht starten wollte leider Gottes aber jetzt ein bisschen läuft es aber wenn ein Fehler finden wir schon wieder doch habe ich aber du findest ja gerade im Endeffekt nein ich habe gerade Sachen gebaut kann man ganz kurz gucken aber ich habe ein Spiel drin ich bin ja auch dein Tor im Track 9 das ist ja alles nicht mehr so reingestellt wie es mal war durch meine ganze Computer auf Räumerei habe ich auch mein Modpack ersehentlich bin ich aber gerade als es mit der Zweigbühre am Arbeiten Das ist ja kein Problem. Was ist denn? Geht schon... Haben wir noch einen? So, ich werde mich jetzt mal hier beschäftigen hier unten mit dem losen Blocken-Glocke. Ich werde jetzt hier unten mal alles wieder halten. Was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Ich habe Volle, ich würde es nicht auf den Geht. Wenn wir mit dem Geht. Und jetzt, wir können es auch nicht oft gegen den Geht. Ich hab keine Geht. Ja, wir haben sie nicht mehr ein. Das ist ja... Ich habe es noch ein. Ich würde noch keine Gehtsiung. Das ist ja wieder wunders vivir. Ja, dann springen wir hier mal offline drinnen und sind los. Ja, dann springen wir hier. Ich wollte jetzt den Kohl bauen. Ja, und was sagst du mal? Du kannst ja auch noch mal Kohl. Auf den Kohl. Ja. 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 Ich hab mir nur die Idee gehabt, dass ich hier die Kaktusfluss kriege. Aber du kannst auch anders machen. Ja, irgendwo müssen ja auch die Fücher hin. Das hattest du dann ja links und rechts, hab ich gedacht. Aber du könntest das so machen. Wo links und rechts? Nein, links und rechts vom Haus. Und hinten kommt dann das große Feld. Aber du kannst es so anders machen. Ja, relativ witzig. Da sind sehr Jahrhund. So... ich sch assistants, die rüber zum Haus. Das hier ist sehr knapp. Wie ist denn das noch nicht? Der wird selbst umgesinnt. Der wird sehr festgestellt. Du kannst auch Chilin an die Erwin und die rüber. Ich werde dir sicher sein. Du kannst dir das nicht. Warte. Scheiß Werbung. Nicht Werbung. Oh, scheiße. Das ist ja praktisch drin. Und das ist gerade wenig. Na gut, brauchst du später so die Sohne aufziehen. Wo soll die Sohne aufziehen? Ich weiß nicht, wir haben das gleiche so. Wir nehmen das Gaktusbrillen, ist es? Ich wollte erst einmal etwas anderes tun. Ich mach das hier einfach mal. Oh mach mal, ich häng mich da jetzt nicht groß aus schwein. Ich mach schon mal einen ersten Schritt. Ah, ich geh das ja wieder nicht mehr reinziehen. Ich hab schon wieder nicht mehr abgedacht, dass ich fast bin. Wir haben noch. Das war's für heute. Wow, ich hab das Artikel entholt Ich will es nicht machen Ich bin mein eigenes Biestem Oh, die Weiß muss ich nicht mehr so kommen Oh Gott, ne, jetzt habt ihr echt alle zum Möhrer Oh Gott, das ist das Was ist das Krapfen? Oh, oh um um im 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 works Der PC macht gar nicht komische Geräusche. Egal, der liegt immer noch auf dem Tisch, zerlegt. Also PC hatte ich mal. Da habe ich nur noch einen Trümmer auf dem Tisch liegen. Ich habe keine Ahnung. Aber nicht! Ich kann Ihnen das mit dem Tisch sitzen. Ich glaube, da liegt irgendwas im Lüfthof. Ich glaube, da schraube ich, dass die nicht mehr verhörten werden. Ich muss aber denken, wir haben später noch mehr Viecher. Ja, die sind so provisorisch. Ja, ja. Kühe zum Beispiel, die Spawn-Off von den Kühen, die ganzen Kühekant sind einrein. Da sind ja 3, 4, 5 oder 7 Kühe. Oh, das ist die Kühe. Da haben wir noch die... Ja. Du musst ja nicht unbedingt nehmen. Du kannst hier auch... Nimmst gleich das große, so wie es ist. Einmal und musst dann hier halt die Spawn rein 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 rein. Und dann einfach... Bergen mit rein. Du kannst hier mal raus. Du kannst hier weiter rein 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 rein. Ja. Aber dann kann ich das alles wieder rein. Okay. Ja. Du kannst hier noch ein paar Einmal rein. Das ist gut. Das ist ja ein PC, also das macht ja komisch gehöre ich etwas. Da ist doch tausend Basel, wo drauf rumgetrommelt in dem Jahr. Das ist cool. Ich bin eigentlich gerade auf der Jagd, konnte ich nach diesen Küchen bringen. Aber wir kriegen auch noch Platz als alles, was von Karmstunde mit. Hallo, wir haben ja noch bald bald nicht alle. Das ist wieder so ein Riesenfeld, was? Ja, das haben wir doch schon. Schau mir ein Ei und das... Ja. Ich schieße die Pizza mal nicht ein. Ich schieße gleich noch mal. Ach, hier ist es. Am 6. Uhr. Ja, aber das Problem ist, weil wir... Ja, weil ich ja gerade damit alles sehr nichts vorne bearbeite. Ja. Die Goldkühe und so, das übergreift da. Sonst würde das nicht helfen. Ich gar nicht. Ich denke... Ich sehe da nichts von oben. Ich meine Schlange. Bäh, ich scheiße. Du meinst! Es zieht. Ja, aber ich mache das gleiche. Ja, ich meine jetzt bei den anderen irgendwie Schweine und so, da wo ich verliöten, oder wo ich dann 8 Eier, oder wo ich dann noch ein paar vorgetan habe, oder wo ich dann auch noch ein paar Arbeiten gemacht habe. Wir haben ja dann auch noch so Kante Sachen wie diese Münzen und so, die uns immer das geile Zeug spielen. Das haben wir auch noch. Ja, das ist das. Ja, ich muss ja das nicht verändern, das ist recht zu euch. Da sind ja einfach nur die Schäufe und so. Was hat gesagt? Oh ja, das ist so gut. Ich hab hier so viel Fressen reingemacht, die dann. Ja. Das könnte ich vielleicht bei der Weihnachtswelt umgebringen, das ist teilweise. Ach ne, ich dumm, da geht ja so abends ja gar nicht. Ja, das ist Schnee, das ist das. Ja, in der Weihnachtswelt haben wir doch Schnee, der fällt nie vorbei. Da kannst du keine Felder anfertigen gehen, weil der wird das blockieren. Ja, aber du, der fällt nicht mehr als immer. Ja. Wie gesagt, das war der Entwickler. Das ist Hengst. Ja, ja, hengst. Ich hab's probiert. Ich wollte Pans reinmachen. Ich hab's probiert. Ja, das ist ja auch. Da war auch eigentlich die eine Monster-Mod drin, die bei dir das Spiel zum Crashen gebracht hat. Da hat die auch noch Fressen gebraucht. Leider wollte das packen so wie ich wollte, aber nicht so blöde. Ich habe meine Zeile, ich habe meine Zeile. Ich habe meine Zeile. Habe ich denn nicht so in den Rax-Einspekte genommen? Ja. Was? Ja. Es sind alle im VZ da. Ich hab das halt nur so verteilt. Ich wollte die Dinge anbauen. Da haben wir uns hier Menü in den Werkzeug gemacht. So, darfst du mir fangen mit anderen reden? Ja. 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 Ich weiß nicht, ich wollte ja das. Guck mal, ich hab die da gehandelt. Die sind schon wieder gehört. Was? Ja. Ich glaube, die möchte. Das wird dann gut. Was? Weh, Nase. Bitte. Hab wir eigentlich einen Apple gebaut? Nööööö. Aber ich hab Apple dabei. Ja, ich hab Apple. Es gibt viele Probleme, die haben nur gerade bei Windows. Na, sie können die Apple gebrauchen. Hm. Ich muss mal gucken, dass ich bei Gelegenheiten mal die ... ... Dieses Backmacher für die Blumen. Was heißt das? Und Daniel? Kann ich aber schon Blumen sammeln dabei. Ich habe mir was überlegt, ich werde trotzdem versuchen wir nach einer anderen Welt rein zu machen. Und mit dem Test halt. Haben wir Blumen? Da können wir wieder wunderbar uns freuen. Die bauen wir aber auch so viel. Weil letztendlich ist es so, wenn wir dieselbe Farm bauen, wie wir in Phantasia bauen. Aber du musst trotzdem bedenken, jetzt gucken wir hier doch Phantasia, da fliegt sie mal kurz. Ja, muss man. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Ja, aber mit was Fünderungen. Ja. Der Montag ist alles hochgeladen, außer COD, das hast du mir noch nicht gegeben. Oh, ja ähm. Egal, machen wir gleich. Äh, die Folge endet jetzt auch langsam mal. Nach, schon wieder fast einer halben Stunde. Mal kommst du ein bisschen mehr so, ich hab' das Lust. Ich bin nicht, bin ich. Aber hoffentlich den Namen der Ferner meine. Egal, weil... Der gibt's der Ferner meine ? Michael Blüter... Bing, Bing, Bing. Ich hab' diese Kühen. wir sehen uns in der nächsten folge von der politischen welt von boke wieder und durch ein paar mal geschossen die sparten Ja, damit ciao und wir sehen uns dann an der nächsten Folge. Ah ja, nein. Das ist gerade wieder. Hoi, schön.